Hallo und herzlich willkommen zur Andacht in 100 Sekunden. Heute hier vor unserem Schaltkasten, denn es gibt nichts besseres als einen Einschalte und Ausschalte Knopf zu haben. Wenn man nicht durchbraucht, einfach umdrehen. Manchmal passiert es, dass ein Knopf nicht mehr funktioniert und dann erst werden wir darauf aufmerksam, wie wichtig der eigentlich ist. Und wenn das passiert, dann drehen wir gleich an den Sicherungen. Das ist die beste Gelegenheit, unseren neuen Sicherheitskasten vorzustellen. Hier in der Kirche haben wir einen neuen, denn der alte Funktionierte nicht mehr. In unserem Leben gibt es immer wieder solche Situationen, in denen wir uns sowas wünschen würden. Einfach On & Off. Die ganze Coronavirus-Pandemie, ich wünschte mir einen Off-Knopf zu haben. Eine Sicherung, die ich einfach rausnehmen kann und vorbei und vergessen die ganze Sache. Und in meinem Leben brauche ich immer wieder einen On-Schalter. Wenn ich drohe die Hoffnung zu verlieren, wenn ich nicht weiter weiß, einfach wieder einschalten. Die Suche nach solchen Knöpfen in unserem Leben kann durchaus mit einem Gebet verbunden und ausgesprochen werden. Gott, lege du diesen Schalter in meinem Leben um. Gott, ich bitte dich, lege du diesen Schalter für uns um. Am Bus und Betag, den wir heute am 18. November 2020 feiern, lädt die evangelische Kirche in Deutschland ein, anhand dieses Symbols, über dieses Thema nachzudenken. Und ein Gebet, das am Bus und Betag durchaus einen Schalter-Knopf umstellen könnte, ist der alte Ruf. Herr, erbarme dich. Christe, erbarme dich. Herr, erbarme dich unser. Amen. Amen.